Es ist ein Elektro-Schocker-Stift. Okay, wann genau schockt der mich, wenn ich oben drauf drücke? Meine Mom kommt nächste Woche Donnerstag vorbei. Wir machen hier so einen kleinen Übernachtungspumpf. Ich helle mein Scheiß-Leben! Würdest du sagen, dass dein Papa einen größeren Schlong hat als ich? Statement? Ich hab den Schlong noch nie gesehen von meinem Papa. Hä, ist es nicht voll normal, dass man von den Eltern die Genitalien sieht? Ich hab noch nie von irgendwem gesehen. Haltest du ordentlich von deiner Mutter? Heffrey? Wait, bin ich in einer weirden Familie? Hä, Kevin? Ich bin tatsächlich multitaskingfähig. Ich kann mit einem Ort zuhören und mit dem anderen kann ich reden. Wenn deine Freundin eine Zwillingsschwester hat und du einfach aus kompletter Verwirrung ihren Dadbums. Das ist so die perfekte Länge so. Vier, vier, vier bis fünf ist optimal, Alter. No joke. Besonders dicke Schwänze. Ich steh auf richtig harte, lange Schwänze. Du hast den Computer abgebaut und wieder aufgebaut. Bruder, was geht, ne? Moin Kevin, du alter Zerstörer. Nachdem mir letztes Mal aufgefallen ist, dass ich jetzt schon seit circa fünf Jahren dabei bin, hab ich mich auch mal entschein... Tut. Hab ich mich auch mal... Hab ich mich auch mal... Wir teilen Brüder nicht. Nein! So, den Rest kannst du hab ich im einen. Das Geschenk ist von meiner Mutter. Meine Mutter hat uns dieses Mal am Geschenk. Okay? Deine Mutter ist meine Mutter. Schwarze Haare. Und große Möpse. Ich bin 14 Jahre alt. FBI, open up! Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass irgendwo auf der Welt jemand gerade seine Katze vergewaltigt und in den Arsch ballert? Hi, das ist die kürzeste Einführung. Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin 14 Jahre alt. schaking den Arsch, 注avt ihr verschiedene Akz cuenten. Daher habe ich mich durch so infectiert. dissch